Guten Tag meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir mit Trundle, das haben sich einige Zuschauer gewünscht. Trundle, äh, ich heiße ja mit Trundle, das hat eh so gesehen. Eigentlich früher war es mal mein Main. Das spiele ich eher mit Lane statt Top Lane, deswegen habe ich den schon länger nicht mehr gespielt. Wir spielen gegen Pantheon. Relativ assiges Matchup im Early-Game. Wenn euch das Video gefällt bzw. wenn ihr Ideen habt, welchen Stream ich jetzt spielen soll, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben bzw. ein Like geben oder den Channel abonnieren, falls es nicht gemacht hat. Würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Wozu kriege ich denn so dermaßen viel Schaden? Hä? Das ist ja unfair! Der ist hier, was ist denn das? Also das muss er mir dann mal zeigen, wie das ging. So viel Milchenscheidung bekommen. Okay, Zündung. Jetzt passiert's, jetzt passiert's. Danke, danke, danke weiter. Weiter, 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 weiter. Oh! Alter, der Sohn, das ist aber auch ein richtig harter Knallermann. Der macht dort Färtsch und zündet irgendwas und auf einmal bin ich so viel Leben mit Ulti. Okay, siehst du mal? Dort, dort, dort. Zack. 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 Weiter geht's. Zack. Auto-Hit. 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 Blocked! So, ich will es nicht mehr euch dazu sagen, soll. Ich kann nur noch sagen, der Champion, der hat nach mir einen Tod verdient. So aus toleriere ich leider nicht mehr. Ich muss auch gleich meine Wut in den Jungle auslassen wahrscheinlich. Jetzt bin ich zwar hier. Komm her, hey Karim. Ich freck hier unterm Tower. Hallo, was machst denn du Sohn? Alter. Das ist ein Bastard. Das ist ein Bastard, der wird gebotet. Junge, guck dir das doch mal an, wo der ist. Der ist neben dem Tower. Ah, jetzt bin ich tot. Der Hekarim. Den schreibe ich jetzt mal kurz auf. Hier. Warte, wo kann ich hier was aufschreiben? Dort. Zack, hier so. Report. List. Als erster Hekarim. Ich kann das dann gerne auch mal einblenden, die Report List, die ich mir bei jedem Game jetzt ab sofort schreiben werde. Der ist tatsächlich der Erste jetzt auf der Liste. Aus gutem Grund. Jetzt feedet's gleich wieder rein. Autohit. Hätte man beide haben können. Feedet wieder. Man feedet lieber. Die krieg ich später. Komm auf den. Ja! So. Jetzt habe ich erstmal das Männchen markiert. Ich hoffe, die unterlassen das. In Zukunft. Auf meiner Lane hier. Spaß zu haben. Meine Güte hier. Knallt. Und dann gehen sie Tower-Dyven, die guten Jungs. Nee! Jetzt gehen sie gleich wieder auf den Schraub. Aber ich habe hier. Aufpassen. Zack. Zack. Und diesmal fähre ich hinterher, du Sohn. Komm mal her! Ho! Zack! Mein Junge. Ich habe hier ohne Schraub gemacht. Der sieht kein Land mehr da so. Zack. Kloppen. Kloppen. Das ist halt das Fährste. Also das ist jetzt. Also dass ich das wieder gemacht habe, bis die Cue of Tower geht, das ist eigentlich schon mit dem Fährste anschauen wir jetzt. So was jetzt nämlich passiert, das nimmt man Bronze-Push oder wie auch immer. Da geht man nämlich jetzt hier hin. Zack. So ungefähr. Erstmal... Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioi. Ah jetzt muss man erstmal den hier fertig machen. Das ist erstmal... Das ist Schritt 1 beim Bronze-Push. Ah hat nicht geklappt. Schade, ne? Ah den haben sie geschafft so. Eigentlich wird das jetzt so funktionieren. Hier stellt man ein Wort rein und dann pusht man noch die beiden Tower. Das nimmt man einen Bronze-Push weil die ganze Zeit jetzt in der Bronze-Elo, obwohl ich nicht in einer Bronze-Elo bin, aber trotzdem, ich sehe das Bronze-Elo hier an. Nicht merken, dass ihre Tower gepusht werden Jetzt sind die nämlich ja schon zu zweit gestorben Ich bin natürlich auch gestorben, ungünstig Aber das Problem ist jetzt, der holt meinen Tower Das ist jetzt so das Problem Jetzt macht man folgendes, man ist jetzt übelst greedy wie so ein dummer Buster Verkauft natürlich alle seine Death in Eden-Items Um es hier so, die Items zu kaufen Und jetzt teleportiert man Toplan Ganz einfach, ganz simpel So ungefähr Weiter, 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 weiter Komm, 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 komm Okay, jetzt auf den, jetzt auf den Zack, Färsch Und den auch, den flasch ich für den, zack Ja, so macht man das Richtig beherzt reingehen Dort hinterher, für den flasch ich auch nochmal Hab ich gar nicht mehr Zack, oh, der macht das schon in seinen Arsch Oh, vielleicht kriege ich noch, ah schon Zack Weiter, jetzt geht's los hier Zack, du dort, komm her Ich bin der Trantl, ich mach jetzt hier die Tower, Färsch Ach, was war denn das? 4-0, ergänzt zu Render Road 4-0 So, jetzt mach ich mal kurz ein Bild von meiner Reportlist Ungeachtet dessen, dass der Hakerin relativ gefeedet war One We'll see you next time .